Das Gesetz von Cheftrainermengen. Fängt jetzt schon gut an. Probleme gehabt durch seine Verletzungen, die wir noch immer wieder zurückgeworfen haben. Allgemein das Grün-Wetter. Ja, wieder der typische Aufschlag von ihm. Auf. Das ist der Häuferin gesehen bei ihm. Ja, und auch der eben wieder der abgestochene Ball. Geht ganz schlecht zum Ball. Jetzt das erste Mal Walter. Ja, der ist ein bisschen aktiver. Das ist ein Klassenunterschied hier heute. Leider Rekabi ja ein bisschen spärlich ausfällt. Aber ich glaube, wir sind hier aus Fulda der Sicht zumindest. Schon wieder im dritten Satz mit 3-0. Ja, das hat er jetzt schon ein bisschen... Jetzt gerade kurz vor Schluss. Rutscht hier Riccardo Walters weg. Riccardo Walters. Dann passiert so eine Aktion. Dann passiert so eine Aktion. Fass dich an die Leiste. Und schenkst auch das Spiel jetzt ab. Also alles Gute, Riccardo von hier oben. Danke. Danke. Danke.